Hi Leute, Pforti hier. Dies ist ein Unboxing-Video und solche Videos gibt es tatsächlich ganz selten auf diesem Kanal. Mal gucken, ob wir das ändern. Wenn ihr Bock drauf habt, Daumen nach oben. Ansonsten zu dem Gerät, was wir uns heute anschauen. Ich habe von BenQ Zoe einen Monitor bekommen. Das ist insgesamt jetzt schon der dritte Monitor, den ich generell von der Marke BenQ bzw. BenQ Zoe habe. Die stehen auch hier dahinter, die sieht man gerade nicht. Das eigentliche Video, also richtiges Review und Test-Video von dem Ding kommt eigentlich auf meinen Main-Kanal, auf meinem CSGO-Hauptkanal. Und hier soll eigentlich einfach nur ein Unboxing stattfinden, wenn ich denn nur eine Schere habe. Die habe ich jetzt natürlich. Ich muss mal gucken. Ich habe eigentlich gar nicht so einen riesen Tisch, dass ich alle Monitore hier runterkriege. Ich möchte natürlich auch einen dritten Monitor haben, allein schon wenn ich irgendwie streame. Also nicht den, der ist absolut ein Gaming-Monitor. Also warum der geil ist, kann ich ja gleich direkt von einfach an sagen. Das Modell heißt XL2746S. Also diese Bezeichnung, also die 27 ist klar, 27 Zoll. 46S, weiß ich jetzt gerade nicht, wofür der steht, aber er hat Diag Plus. Also das ist eine sehr, sehr geile Technologie, die natürlich sehr, sehr neu ist. Die habe ich jetzt auch noch nie in einem der Monitore gehabt, die ich selber, also jetzt hier bislang schon eingesetzt habe. Ich bin super gespannt, wie das ist. Aber wie gesagt, das eigentliche Testvideo kommt eigentlich, naja, schon ein bisschen später auf meinem Main-Kanal. Und hier schauen wir uns einfach das Ding analog an, also ohne irgendwie das anzumachen, sondern, ja. Damit kommen wir hier, was ist der Fuß, glaube ich. Achso, nee, das ist der Schirm, der Seiten-Schirm oder wie nennt man das? Hier ist halt natürlich Kabellage, ganz klassisch hier, ähm, was ist das, USB-Kabel. Hier ist Display-Port oder ist das HDMI? Ja, das ist ein Display-Port. Das ist natürlich das Stromkabel. Das ist hier so eine Gummihaube, falls man das Ding, äh, naja, um den Monitor ziehen möchte, um halt vor Staub zu schützen und so. Das ist eigentlich ganz cool. Dann ist hier natürlich die typische Fernbedienung, so wie man es ja eigentlich auch schon kennt von BenQ-Zoey. Falls ihr das Video von mir gesehen habt zu dem Monitor, ähm, zu dem 2740. Dann ist hier hinten, der Fuß, zumindest ein Teil des Fußes. Ich glaube, insgesamt müsste der Monitor eigentlich sehr, sehr ähnlich sein wie der XR2740, also optisch. So, und hier ist der eigentliche Fuß. So, und jetzt kommt, jetzt kommen wir schon der Sache näher. Ja, also ich denke mal, ich habe durchaus recht. Das Teil hat hier eine Energie-Zertifikation oder Zertifikat mit A+. 21 Watt. Hier kommt natürlich der Fuß dran, geschraubt. Aber hier schauen wir uns nochmal die, ähm, Anschlüsse auf der Unterseite an. Hier ist natürlich DVI. Hier ist Display-Port an der Seite. Hier ist irgendwie, äh, für die Fernbedienung der Anschluss. Und, ähm, für den, für den USB-Hub hier an der Seite, ne, die USB-Anschlüsse. Und natürlich auch, äh, HDMI-Anschlüsse. Würde ich eigentlich auf jeden Fall mit Display-Port betreiben. Ansonsten habt ihr, erreicht ihr nicht die 240 Hertz. Sondern hier der gewohnte Halter für Headset und, äh, USB-Hub. Und natürlich die Anschlüsse für, äh, Sound. Hier können wir den Fuß montieren. So. Und natürlich fest verschrauben, damit nichts rausfällt. So. Ich glaube, der ist jetzt schon fest. Also vom Modell her sieht der ganz genauso aus, äh, wie der XL2740. Ähm, hat wirklich optisch alles irgendwie ganz identisch. Ja, also das Modell kann auf jeden Fall auch diesen ganzen, diese ganzen kleinen Radar-Chan-Funktionen, diese, ich weiß nicht, Pantelt, Drehen, dies und jenes, äh, hoch und runter. Und hier. Das hier wird natürlich mein neuer Monitor. Allein schon, also wegen CSGO und Diag natürlich. Und vielleicht wegen anderer, äh, Shooter. Aber, also die Funktion Diag, die, äh, die, äh, bezieht sich ja eben auf die, äh, die Reduktion der Bewegungsunschärfe. Und, äh, das ist sicherlich schon eine ganz nützliche Funktion, äh, eben beim Sprayen, bei Bewegungen, bei schnellen Bewegungen, vor allem im CSGO und in anderen Games. Ich bin auch, wie gesagt, super gespannt, wenn ich das Ding gleich mal anschließe. Und, äh, die nächsten ein, zwei, drei, äh, Wochen werde ich das Ding, äh, testen. Natürlich im laufenden Betrieb, in CSGO und in anderen Games. Und werde dann einfach das Video, äh, auf meinem Hauptkanal dazu veröffentlichen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Daumen nach oben. Haut rein und bis denn.